Jetzt geht's. Zeit, Action! Zeit! Zeit! So! Zeit! Komm, Lilly! Ah! Zeit! 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 Komm, Lilly! Ah! Ja! Zwei Punkte! Zwei Punkte! Komm, Lilly! Auf der Matte 2 geht's der Zweiter mit Handpensing. Nimm die Hände! Plus 1,85 Meter. Alle Kämpfer Handpensing Herren und Handpensing Damen, bitte zur Kampfläche 2. Das ist von der Tribüne aus gesehen, die ganz rechte Kampfläche. Und da einfinden, dass wir da jetzt mit Handpensing weitermachen können. Bitte die Kampfrichter fürs Handpensing zur Matte 2. Danke! Auf der Matte 2. Auf der Matte 2. Auf der Matte 2. Auf der Matte 3. Vielen Dank.